Hey, jetzt sind die Pfund. Oh, jetzt sind die Pfund. Oh, jetzt sind die Pfund. Ja, komm rein, die zwei. Oh, das ist super. Mein Jahr. Ja, den Einzelnen hat sie gesagt. Komm jetzt nicht wieder runter. Hallo. Hallo. Komm mal, das ist ja auch immer wieder. Ja, das ist zweieinhalb. Oh, und wenn ich. Hallo. Kommt rein. Kommt rein. Hallo. Ui, na, oh Liza, du hast dich ja schickt. Ich habe noch was, falls ihr rausgeht. Soll ich da, ist der Fahrrad rein und ihr steilt rein? Ja, ich, 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 ich vertraut ein Steil, bevor ich. Welcher Mensch? Ich muss ein Leben, Mensch. Ich weiß nicht, warum. Sie aus der anderen Seite. Wie hat es geschenkt? Ich habe nur die Beine. Nein, wir haben die Beine. Nein, wir haben die Beine. Na, wir haben die Beine. Na. Geil, die? Der Zug ist ein Gleis. Der Zug ist ein Gleis. Ich kriege den Haufen damit rauf. Guck mal. Das ist ja toll. Ich hab Pippi Langstrump. Ja? Das ist ja super. Pippi Langstrump. Kennst du das mehr, nicht? Aber ich. Einen Platz und da ist noch ein Platz. Gut, dann kommt Felix. Hier seid ihr. Dann müssen wir ja jetzt noch mal die Kerzen anmachen, ne? Oh, ihr müsst euch euer Glas merken. Und wir machen Wunderkirchen an. Was ist das denn? Ja, ihr habt hier ein Glas auf eurem Glas. Und dann müsst ihr euch das angucken. Ich hab auch ein Hund. Dann müsst ihr euch genau merken, was für Tiere ihr habt. Und was hast du für ein Tier? Ein Hund. Ein Hund. Ich hab auch einen Hund. Ich hab den. Du hast gar nicht. Ich hab den Hund. 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 So, jetzt hab ich gleich mein Hund. Huuu. 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 Nachher kann mich jeder einen Luftballon auflegen. Mhm. Zum Schloss, ne? Aber nicht malen. Nein. Da oben war die. Nicht am rechnenden Sohn. Nicht am rechnenden Sohn. Philipp. Huuu. 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 So. Haben wir jetzt alle Karten ab? Ja. Das ist Rote. Was möchte ich auch immer trinken? Kakao? Oder Rante? Kina machen auch Chocolaten. Ich nehm wirklich nicht. Ich nehm den ein Auge. Ich nehm den ein Auge. Florian kann ja sagen, was er möchte. Wir haben in der Küche auch noch andere. Ich nehm auch Chocolaten. Ich nehm den ein Auge. Die haben glaube ich alle zwei Augen, oder? Huuu. Ich nehm den da. Mhm. Jetzt müssen wir hier mal eine Kerze an die Seite machen. Huuu. Der nicht für mich. Der nicht? Warum nicht? Den hab ich jetzt gerade hier drauf. Die haben alle zwei Augen. Ich hab' ein Gesicht dafür. Mit einem Gesicht drauf, ne? Ich ahne. Das gleiche und die gleichen Haare. Ich hab' Geld. Oh, das hab' ich nicht geschnitten hier. Orange gibt es uns Geld. Du? Ich fang' an den Herzen. Kalt. Lies, hast du auch Sahne dazu? Nein, keine Sahne. Aber hart. Gar kalt. In der Küche ist noch Bienenstich. Bienenstich. Gut, dann gib mal deinen Teller bitte. Ich möchte so einen da gleich. So einen stehern. So einen? Nein. Was möcht' ich? Kannst du nicht? Vielen Dank.